Hallo Deutsche, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal, KehrsIncredible mit dabei. Und zusammen gucken wir uns die Gruppe NowUnited an, welches ja aus verschiedenen Ländern besteht. Also die Members sind aus 18 verschiedenen Ländern. Richtig interessante Sache. Wir haben schon ein paar Reactions zu denen gemacht, weil sie noch nicht angeschaut hat. Und genau. Wir haben ein neues Lied rausgebracht, schon zwei Wochen alt. Leider nicht geschafft, das abzuchecken früher. Das Lied heißt Wave Your Flag. Wurde in letzter Zeit sehr oft kommentiert gehabt, deswegen dachte ich mir, okay, lass uns das mal anschauen. Und genau. Let's go. Fangen wir mal an. Bin gespannt. Und... Wave Your Flag... Uuuu.... Uuuu.... Niiiis.... Uuuuuu.... Uuuu.... Niiis.... Uuuu... Korea... Russland. Chihuah. Nice. Da war auch Sina aus Deutschland. Libanon. War das Libanon? Hm? War das Libanon? Ja, haben die auch. Das war so nice, dass sie so ihr Land so konnetieren können. Ich finde das auch richtig schön, so irgendwie auf dem Wasser, auf dem Podest so. Ich finde das auch richtig schön, so irgendwie auf dem Wasser, auf dem Podest so. Untergrund ist so die Sonne. Richtig nice. Das ist sehr cool. Hey. Hey. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ooh. You say, como esta? Konnichiwa! Oh, na, ah! You say, como esta! Hahaha. I want. Oh, das sieht so wie Päppelgum. India, Libanon. Kanada, Polspaan. Ooh! Shorter snacks! Oh! Bags! Ooh! Shorter snacks! Ooh! Oh mein Gott! Hyperfails! Jetzt muss doch voll schwer sein mit den riesen Flaggen! Oh mein Gott! Ach, in Abu Dhabi wurde es gedreht! Nice! Ah, geil, dass die so Outtakes noch zeigen! Ja, das war echt cool! Wow! Richtig schön! Liken wir! Richtig schön, dass sie ihre eigenen Länder so ein bisschen präsentieren können! Ihre Flaggen! Ich hoffe, vor allem in Deutschland, dass die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen! Weil leider ist es noch ein bisschen underrated hier! Auf jeden Fall würde sie es verdienen, so mehr Aufmerksamkeit zu bekommen! Weil es ist eine richtig klasse Gruppe! Die können gut tanzen, haben schöne Stimmen! Und die Lieder gehen richtig gut ab! Also... Was will man mehr eigentlich? Also... Wacht auf! Das Outtakes ist geil! Ja! Richtig gut! Die haben auch... In dem Musikvideo präsentieren die was Interessantes, finde ich! Weil was anderes und so... Also die verdienen es auf jeden Fall! Immer einen für so von einem anderen Landau! Ja! Richtig gut! Also... Sehr schön! Liken wir auf jeden Fall! Ähm... Falls ihr noch nicht abonniert habt! Abonnieren für weitere Now United Reactions! Und vergesst nicht zu liken! Ich sage euch Dankeschön fürs Zuschauen! Stay safe! Stay happy! Und bis zum nächsten Video! Und bis zum nächsten Video! Das ist ein einfaches Champion! Ich freue mich!